Hallo Kinder, ich bin Frisch. Ich meine, ich bin der Weihnachtsmann. So, dann will ich mal auf meine Liste schauen, wer von euch alles ein braves Kind war. So, also, was ist das denn für ein wack Name? Milch, Spaghetti, Apfel, Pizza, Pepsi. Was ist meine Einkaufsliste? Wie heißt das nächste Kind? Amanda. Wer zum Teufel ist Amanda? Bestimmt eine geile Bitch, die ich irgendwo treffe. Und dann haben wir schon vorher den Namen aufgeschrieben, damit ich später die Nummer drunter schreiben kann. Ja, ja. So, wen haben wir als nächstes hier? Memo an mich selbst. Stift in Tittenform erfinden. Dazu tittenförmiges Papier. Super Idee. Na, jetzt kommen die ganzen lieben Kinder. Dave, 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 Dave. Fuck, wieso heißen alle Dave? Ich hätte das nicht mit Edding aufschreiben sollen, das drückt durch. Okay, also Dave kriegt zehnmal Geschenke und... Also, ich habe hier irgendwie gar keine Namen mehr stehen, ne? So, alles leer. Ich habe das Ganze hier überverplant, mir aufzuschreiben. Wir brauchen von, ne? Ist ja egal, ihr kriegt trotzdem ein Geschenk. So, dann wollen wir mal gucken, was ich in meinem dicken, fetten Sack für euch habe. So, was ist hier das? Ah, China-Nudeln mit Hühnergeschmack. Das ist hier für dich, meine Kleine. Danke, Frischnie. Ich meine meine Zwarze. Hier, Tomaten, so lecker, lecker. Hier, mein Junge, für dich. Danke, ich bin ein Mädchen. Also, man hat hier noch, ah, ein, äh, ein Digitalkamera habe ich ja steigert bei Ebay, ne? Hä? Ich meine, das haben meine Elfen gebaut in der Fabrik am Nordpol. Was für eine Fabrik? Ich meine, ich bin hier so ein Weihnachtsmann und alles. Keine Ahnung, Scheiße. Hier hast du denn, blöde Kamera. Was ist das? Ein Softporno. Hier für dich, Doc Jones. Oh, Mann, small und freu dich. So, guck mal, was wir hier haben. Geile, fette, rote Gangster-Schnürsenkel. Die sind so fett, Alter. Guck mal, guck mal hier. Die sind so mopsig, ey. Mega ist teuer, Alter. Nur, weil die so fett sind, ey. Du bist voller Gangster, wenn du die trägst. Danke. Dein Gangster. Okay. Ja, 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 ja. Was kommt als nächstes, ey? Ich habe so viel Müll in meinem Sack. Ey, das gehört da alles gar nicht rein. Du musst raus, hä? Oh, Gott, Scheiße. Ist das eine Harry Potter-Action-Figur? Ja, tut mir leid, die kriegst du jetzt hier, ne? So, dann haben wir noch einen Coca-Cola-Lippenstift für dich. Okay. Das war jetzt auch irgendwie alles, was in meinem Sack drin ist. Das waren alle Kinder auf der Welt, die es gibt. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Fest und frohe Weihnachten. Ho, 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 ho. So, das war es jetzt hier. Immer auf Stopp-Klicken, ey, scheiß Weihnachten. So, Chef, ich habe alles auf den Schlitten gepackt, so wie du wolltest. Die Lutscherstange in deiner Hosentasche bitte auch. Oh, oh, Mann, okay. Gut, dann pflanz jetzt mal deinen Ass auf dein Place. Die Kids warten auf ihre Gifts. Ja, Moment. Mach in den Markt. Nein, ich bin so, ey, mir echt rum. Ja, ich bin da. Ja, für die Kids, 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 jedes Jahr. Oh, 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 ich sehe rot. Denn am Ende des Songs bin ich tot. Ah, hier ist Licht. Hier wohnt der CF. Yo, der ist tight, Mann. Yo, der ist fresh. Du steht nochmal auf seinem Wunschzettel. Nerv mich, Alter. Okay, dann weiterzettel. Mit Lightspeed nach Köln. Das Mirko wohnt hier. Der wünscht sich Kölfleisch, Bratwurst und Bier. Oh, der war evil und spielt Streichel. Fliege ich halt nach Hermann, der wünscht sich das Gleiche. Direct nach Hamburg. Wer wohnt denn da? Äh, Anni und Lolo. Yo, weiß ich ja. Die wünschen sich scheinbar Eltern, die nicht stressen. Tja, sowas gibt's nicht, das könnt ihr vergessen. Danach zu Eglitos verschenken wir dem. Fuck, der hat ja gar keinen Kamin. Ähm, stecken wir ihm doch einfach ein T-Shirt in den Briefkasten. Ha, gute Idee. Der checkt bestimmt auf dem ersten Look, wer auf diese freshe Idea gekommen ist. Ho, ho, ho. Ich bin da. Für die Kids, Kids, Kids. Jedes Jahr. Oh, oh, oh. Oh, ich seh rot, denn am Ende des Songs bin ich tot. Und jetzt ab zu Steffi, die wohnt irgendwo in Bayern. Da gibt's ne Menge Bier, ey, davon könnt ich weiern. Ich hoffe, sie hat trotzdem ein bisschen Durst. Denn sie kriegt von mir den Inhalt meiner Weißwurst. Äh, apropos, was riecht hier so nach totem Fisch? Oh, das ist ein Karpfen, der ist nicht mehr frisch. Egal, die kriegt jetzt Posti voller Karpfenmark. Er sitzt am Tisch und wartet den ganzen Tag. Ja, hui, was für ein Gestank oder auch Gestink. Noch ein Geschenk, ne Corinna und Quink. Ho, dieser Reimfeuer war echt sauber. Und sie kriegen beide ne Nackenschrauber. Noch ein bisschen zu krümeln, die kriegt ne Ferrari. Ne Welle auf Ibiza und ne Safari und... Äh, Chef, Chef, äh, hat die nicht Burakina gespielt? What? Ja, diese böse Fee, die die Welt zerstören will. Ach so, ja, dann kriegt sie ne Atombombe und ein paar Kopftücher. Ho, 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 ich bin da. Für die Kids, 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 jedes Jahr. Oh, 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 ich seh rot. Denn am Ende des Songs bin ich tot. Obi Kenobi will Pullover. Mann, Manni, mein Gehalt wird sie der Pullover. Oh Gott, ich dreh durch, meine Birne kriegt nen Knacks. Boah, ich hab kein Bock mehr, ich schick dem ein Fax. Who's next? Ach ja, der Felix, der alte Spack. Seine PSP hat Fullbrick, kein Problem. Der kriegt von mir nen Pandora-Akku. Wen gibt's denn noch? Ne, Mirko und Chris, äh, das sind die... Ja, ich weiß, wer es ist. Die wünschen sich ne HD-Kamera. Ja, ne, ist klar, bezahl die mal. Simon und Topfer, die sind jetzt dran. Ich frag mich, was morgen den schenken kann. Simon sagt immer, Weihnachten ist scheiße. Ach ja? Na, dann kack ich ihm jetzt in den Kamin. Yeah. Ein frohes Fest wünsch ich euch. Ho, 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 ich bin da. Für die Kids, 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 jedes Jahr. Oh, 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 ich seh rot. Denn am Ende des Songs bin ich tot. Nun geht's ab zur Sönke. Ich war doch nicht kaputt. Okay, ich glaube, der ist nicht ganz bei Trost. Ach, ich glaube, ich schenk ihm einfach ne Flasche Bier mit Waldmeister. Ha, Prost. Wer wünscht sich hier ein Schweinchen-T-Shirt? Diese Person ist ja wohl voll gestört. Ach, das ist der Süßi, den muss ich erst mal suchen. Ich vermisse dich. Kuchen. Oh, no, die Wunschzettel sind lost. Nun weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Oh, ich hasse Weihnachten wie die Pest. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein frohes Fest. Komm, bei Coldmirror schauen wir auch noch mal vorbei. What? Äh, nee, jetzt ist Finish. Ende. Im Kalender. Oder so. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will auch nicht dabei, das meine Leute. Oh, Shad, was krieg ich eigentlich zu Weihnachten? Du, mein Junge, du kriegst längeres Leben. Echt? Nicht. Und tschüss. Oh. Nix passiert. Oh, und jetzt stopp endlich. Ho, ho, ho. Ich bin da. Für die Kids, Kids, Kids. Jedes Jahr. Oh, oh, oh. Ich seh rot. Wir sind am Ende des Songs. Und sadly seid nicht tot. Oh, ho, 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 ho Vielen Dank.